So Leute, habt ihr ja gerade gehört, wir sind angekommen. Das heißt, hier ein bisschen ausheben. Und dann sind wir wenigstens bei unseren Nachbarn in der Nähe. Kann man das schön beschriften und alles. Naja, außer hier, wo Fenster sind. Das ist doch egal. Nein, Fenster sind böse. Und wo kommt die Toilette hin? Dann würde ich hier sagen, dann machen wir hier dann immer noch nein. Hier ist es schön bei den Fenstern, bei dem riesigen Doppeldeckfenster. Schön, obwohl man schön aus dem Fenster gucken kann. So, da kommt die Drohlen, platzsparend. Das wäre doch mal sehr interessant. Dann mal kurz, ich mach kurz halb, ne? Kann mir mal jemand Eisen-Tools geben? Nein. Wenn ich meine Pistons fertig gebaut habe, mal gucken, was noch übrig bleibt. Was ist dein ganzes Eisen für eine Eisenhose ausgegeben? Und hast du noch nicht mal irgendwelche Tools? So, ich hatte schon welche, du, die sind inzwischen wieder kaputt. Ja, selber schon. Hat irgendjemand Cobblestone, ich hab meinen ganzen Cobblestone zu Hause liegen lassen. Ich hab übel viel Cobblestone. Bin gleich da. Ja, komm einfach in die Hütte im Berg. Oh, das ist X. Oh, das ist X. Oh, das ist X. Da muss ich kurz, Möchtest. Wie? Sieht doch gut aus, so jetzt. So, ich sieht's jetzt gut aus, gell? Wir kriegen die ja noch auf. Wir kriegen die auf. Guten Tag, München. Warte, ich muss sagen, ich bin jetzt mal. Was gibt es denn hier heute? Nummer 23, oh. Wir stehen da schon zwei Häuser, oder wie? Also, nein, baut's ab. Ey, nein, das wird unser Gäste. Klopf, klopf. Wir brauchen ein Gästehaus, das können wir da nachher anbauen. Doch, wir brauchen ein Gästehaus. Wie braucht unser Gästehaus? Dann wird das das Zockerhaus, keine Ahnung, stell ich in den Computer rein. Tag, ich sag dir, deine Mutter wird nicht. Wir wollten Cobblestone, wie viel darf's denn sein? Also, ein paar Stacks. Nein, Mann, mein schönes Haus. Mal gucken, ob's reicht. Wenn du noch mehr brauchst, kannst du noch machen. Ah, komm ich vorbei. Okay, dann brauche ich es halt wieder ab. Hast du noch ganz zufällig drei Eis in den Winter? Oder? Ja, hab ich. Hast du? Ja. Was gibt's hier denn? Gib her, Leute. Wir können's ja später noch abreißen. Ich sag' mal. Danke. Bitte schön. Wir können jetzt mal was machen. Also, Leute, hier hat irgendjemand ganz klug ein Treffen des Baumes stehen lassen. Ja. Ich war's nicht. Weil, ich hab... Was denn das für ein Baum? Ich hab schon vorhin drum gebeten, dass alle Leute bitte ihre Bäume abbauen können. Was ist das? Akaziel, glaub ich. Akaziel, nein. Akaziel ist in der Savanne durch den Kottel. Nee, äh... Fichte? Fichte, ja, genau. Hey, eigentlich alle abgefällt. Ich hab auch keine Fichte hier, dummen Köpfe. Natürlich. Das ist Schwarz-Eiche, die Dicken. Das... Die Dicken heißen Schwarz-Eiche. Genau, ach schon. Oder welchen meinst du? Meinst du, das hier sind Fichten? Das hier sind Fichten. Die da hinten sind die Schwarz-Eiche. Also, warst du ein Ficht oder Schwarz-Eiche? Eine Schwarz-Eiche. Ja, den weißen. Ich hab nur Fichten hier fällt. Ist das eine Schwarz-Eiche? Nein, 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 wir können doch nicht so eine Wörter nennen. Wer ist der Jüngste mit so einem Kommentar? Ehrlich, Mann. Ich will jetzt hier. Alter. Alter, Alter, ja. Aslak und so. Aslak, du. Hey, hey. Ich hab ne... Ich hab... Wille, wir brauchen Hilfe. Du kannst jetzt eigentlich noch Gästezimmer bauen. Nein, ich mach hier jetzt raus ne kleine Mühe. 8 plus 8 sind 16, das heißt 24, genau. 36. Mach mal 32. Genauso viel Kabelstor haben wir euch da passt. Was hast du mit Gästezimmern gesagt gehabt? Du hast doch gerade irgendwas gesagt gehabt. Also, wenn das die Ecke wird. Also, hier, okay, wird unser Ding. Hier kommt keiner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Wenn wir das jetzt hier zum Gäste haben, und dass man dann hier reingeht zum Zauber... Ja, theoretisch könnten wir auch hier den Zauber... Uh, das wird ein großes Haus. Der Zauberraum braucht eigentlich nicht so viel Platz, den kann ich mir sogar hier hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oder wir tun unser Zaubernummern und unseren Zaubernummern und unseren Zaubernummern verbinden. Ja, ja, tut das. Nein. Habt ihr auch farbiges Glas genommen? Äh, nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist unser, äh, Ding, Himmelswetter. Ah, toll. Ne, ich meine, was ist das? Was ist das hier für eine Schwanze? Oh, das ist eine große. Doch, schön. Oh, das ist eine große Branche. Ach, da war ich schon. Oh, das ist tief. Naja, das kommt mir eigentlich auch nicht gut. Ich will meinen Haus bauen. Ja, 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 ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das passt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das passt auch. Ja? Das passt. Wie bitte? Ähm. Ach, steig, Schäfchen neu ab. Äh, Marsch, was hast du gesagt? Ich hab ne Schöner auch. Hast du noch irgendwie, äh, Mohn oder sowas, Marsch? Ja, ja, alle weggeschmissen, glaub ich. Okay. Äh, ist das hier unten deine Höhle? Hast du die für dich veranschlagen? Nö, nö, die soll eigentlich zu, weil ich baue hier mal aus. Dann warte mal noch mit, äh, mit, äh, mit, bau doch da, einkommt nachher unten mit Treppen und so, oder sowas. Äh, kommt ja hinterher, ja, ich baue jetzt bloß erstmal ein bisschen hier am Höhle. Und nach, schön, auf. Ich glaub ich dich hierhin. Baut sich ein, auf. Du warst ja schon überall drin in den Ding, oder? Ich nicht, da war, äh, wer war das? Ich, Adina, war das schon mal. Hier hab ich wirklich 21 Level verloren. Ja, jetzt fall doch mal rum. Ja, mach ich auch. Schlag mich nicht, während ich auf das Song. Ich kann mich auch jetzt einfach mal totschlagen. Okay, komm. Ich hab ein verzaubertes Schwert. Totschlag bringt weniger als Mord, also schlagen lieber tot. Was ist? Egal, war ein schlechter Witz. Ja, glaub ich auch. Ich muss da noch ein bisschen lernen. Lernen? Ja, Witze lernen. Bin auch nicht so Profi. Wie ihr. Hast noch nicht so viele Übungen. Ja, okay, ich bin auch nicht so viel besser. Lass das schon. Und ich hab schon angefangen, das einfach zu lassen. Brauchen wir der Häusel? Mhm. So. Also, ich baue hier jetzt ja die Grundform für mein Häusle. Ja, klar. Für mein Haus. Wie gesagt, ein bisschen muss ich ja tief graben, damit die Pistons erstens nicht so weit nach oben rausgucken, obwohl das stört mir nicht. Aber so, dass sie vor Explosionen geschützt sind, mindestens. Und wer weiß wie. Wie heißt Rosen? Rosen, nein, auch nicht. Rosen sind aber die Büsche. Ja, mein ich ja. Das ist ein Haus. Das ist ein Haus. Das brauchen wir. Irgendwie muss ich das hier noch sortieren. Habt ihr dann vielleicht ein Wunder oder so was? Das muss ich hier abtragen. Wir haben Flieder noch. Darf ich mal gucken? Also, euer Haus sieht geil aus. Buh, Buh, Buh. Du, hast du. Äh. Das ist seine eigene Meinung. Er hat das vor allem geil gemacht mit dem Fliegerüst. Ja, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sollte eigentlich kein Creeper mehr herankommen. Okay, dann würde ich hier auf der anderen Seite dann auch die Dinger hin machen, die sie... Und wir haben noch ein Stück Turm nach oben. Eisen, Gold, dass man da... Verschiedene... Wir hören dich nur sehr abgeladen, übrigens. Echt jetzt? Ja. Immer noch? Nee, jetzt nicht mehr, glaube ich. Ja, weil ich weiter wegsessen kann. Okay, ähm, Sprügele eigentlich auch, ähm... Nennst du mich jetzt die ganze Zeit Schwügele? Nee, gefällt's mir nicht jetzt Schwügele. Hast du einen neuen Spitznamen? Ja, komm, ich auch. Äh, du hast damit angefangen, also bist du eigentlich jetzt Schwügele. Ich hab nix gesagt. Nicht du. Amazing. So. Er hat dir neue gegeben, oder nicht? Ja. Bam. Äh, was man bei uns zu tun, du hier? Cooles Frühlings-Pfingst-Kopf. Das ist unser, das ist unser... Nein, komm mal rein, in unser Haus, da hier. Ich mach's mich echt fertig. Nein, ich mein den Brugel. Ich glaub, ich zieh noch irgendwann aus. Nein, nein. Er will doch nicht die Scheidung. Nachbarschaftskrieg. Nein, ich war auch Nachbarschaft. Wir wurden sogar in einem Haus. Du musst dann so einen Baum rüberschmeißen über seinen Zaun. Ich mein, hier, wollen wir auf der Seite Öfen machen und Workbenches und... Ja, das kann man. So. Ja, hier ist so an die Wand so ne große Ofenwand. Ja. Ja, ich mein, ich würd sagen... Nein, Schwügele, da ist er räumt. Mach ne kaputt, Schwügele. Nein, Schwügele da oben. Ja, ja, komm, rein, mach. Ich krieg' das nicht. Das sollte eigentlich passen, jetzt kommt hier nämlich im Außenring jeweils... Kannst du ruhig reinkommen, kannst du mal gucken? Cobblestone hin, äh, Cobblestone, die Pistons hier. Die drücken dann nämlich den produzierten Cobblestone nach oben und das sollte genau ausgehen. Wille, das sieht nicht schlecht aus. Äh, hier sind wir in Zunge. Genau. Ja, da kommt dann später der in Schatting Raum rein. Naja, so in so einer Form? Ey, genau, wir könnten uns ein paar Mine bauen. Also, ähm, wir könnten uns dann extra Raum für Mine und Never bauen. Dann bauen wir jetzt hier so... Ein extra Raum, wo das Never-Portal und die Mine drin ist. Ja, aber das würde ich nicht direkt in uns... Weil hier muss frei bleiben. Ja, ja, ein extra Raum. Also, hier wird noch eins tiefer herkommen. Wenn nicht sogar noch ein paar mehr, weil wir einen Keller einbauen, aber auf jeden Fall... ... sollte eigentlich vom Wettstone her auch passen. Bei wem kommen eigentlich diese ganzen Geräusche die ganze Zeit? Ich hab keine Ahnung, weil... Jetzt wird der an seinem Mikrofon rumfummeln. Also, ich hab Push-To-Talk, also da kann's eigentlich nicht herkommen. Julia. Dann ist von mir, oder? Nein, nein. Wenn ich Yulian sage, meine ich Yulian. Und wenn ich Amazing sage, meine ich den anderen Yulian. Jetzt hört mal zu, äh, hört sich das bei mir zu an, oder nicht? Ja, ja. Es, es raucht bei mir. Nein, man hört nichts, es kummeln, das liegt, glaube ich, an dem Kabel. Also, so, als würdest du so an deinem Mikrofon... An deinem Ding rumspielen, versteh ich schon. Na, du weißt schon. Ääh? Knick. Knick, ne? Knick, ne? es ist weg ja es ist weg er hat den Sreck Junge man hört dich kaum jetzt ist es wieder da so Spitzacke haben wir ja noch da kommt es wieder es kommt aber wir können jetzt nicht so anfangen also das Niveau ist schon im Keller also zumindest befinde ich da mich gerade so meinte ich das nicht mal nicht? nein, er sagt nicht ja, ja, ja waren wir jetzt auf anderem Niveau hey, ist es weg? ja mach es weg, ihn mach es weg es ist ein Let's Player, weg mit ihm ach, leck mich ich seh ja hier unten gar nur schlau ach, ich hab grad kein Freundschaftskuss nein, hör auf! bist du ein ganz Binge mit einem Steinschwert äh, Eisenschwert, du Schwuggelhalle ey, das ist ein Freundschaftsschlag auf Höhe so, ist ja egal mach ich so, und jetzt müssen wir eigentlich bloß nur erstmal die Treppe hier kurz weg und dann wird hier ausgehoben hat jemand irgendwie noch mal noch was, woraus mal einen roten Farbstoff machen kann ich vornehme nicht, drei roten Farbstoff denn hier umkommt jetzt Redstone drauf hier nicht ne, hab ich nicht nein, Rosenstrauß geht das nicht also denke ich, dass ich nicht, aber wenn es drauf geht, wenn nicht Rosenstrauß rein so, hier umkommt jetzt Redstone drauf hier nicht hier unten kommt deine Glock also ich brauch drei, also da hilft entweder Mon oder Rosenstrauß aber, wir müssen weh, wir müssen, wir müssen, glaub ich, dann auch mit einer mula suchen oder Scharpe Schender mit mir uns dann und dann und dann und dann und dann er kommt von Berggründen der kommt von Berggründen und der ist dann sollte eigentlich noch machen alter Attila Glück bin ich mit dir im Team ach, ne, das hier ist ja der oh, sorry, bin runtergeflogen ja, ich hab noch, ich hab noch keine Hoffnung also alles in der Entwicklung drück ich mal hoch hier kannst du auch drück ich mal hoch also kommt so nicht oder? Moment du bist recht glücklich bis oben viel Spaß Jo 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 der Haken kommt nicht anders ich vergesse irgendwie jedes mal dass ich push the torque habe aber Marshall du baust dann oben schon noch Obsidian oder sowas hin damit das nicht ewig lange sich hochbaut oder? das hat eine gewisse Maximalreichweite also da bau ich nicht bauen gut alter du hast auch roten Farbstoff und ich bin einfach mal nicht also dann bist du der Marshall baut ein sich selbst bauendes Haus ja ja weil ich fahre über den selbst zu bauen wenn ich mal roten Farbstoff geben so und da bin ich wieder was bekomme ich für den roten Farbstoff? ey ich hab nur reingeguckt man also was brauchst du denn? ähm wir wollen ganz viel Stein wir müssen gucken hier die Ecken müssen jetzt frei werden denn hier kommt der Cobblestone rausgedrückt in jede Richtung wir bauen vier Generatoren geht schneller für drei Farbstoff gebe ich euch den Cobblestone das heißt eins äh von hier eins zwei drei vier fünf acht acht jo geil neun zehn elf zwölf zwölf dreizen so jetzt brauchen wir nochmal vier extra Pistons oh Gott die Köder hat den rausgeschmissen die baust du auch Leitern wie kann man denn bitte sollten wir noch reichen sollte er noch reichen ja der hat ein zweimal zweig großes Durchdruck nach unten gegraben und nur einer Seite Leitern gesetzt die kommen woanders hin neun neun ey Leute wie kann man denn machen dass äh dass die Erde schneller wieder Gras bekommt nein oh ich will fast wieder runterkommen geht nicht mehr Gras platzieren außenrum ja der Gras wächst schon automatisch nach ja aber je mehr Gras in der Nähe ist das zu höher besteht die Chance dass Gras wieder nachwächst das einzigste was nicht geht ist diagonal du kannst eins drüber bauen also was heißt ins drüber in dem Block daneben und dann eins drüber das geht du kannst das ganze mit eins drunter machen du kannst direkt daneben das geht alles aber halt nicht diagonal gut dann mach ich so also ich denke mal das Ding kommt da dann haben wir hier diesen ähm Generator spätestens in der zehnten Folge von dir genervt fühlen und mich verziehen und mich verziehen zehnte Folge naja warte wir sind noch gar nicht bei der zehnten noch lange nicht noch lange nicht ich mach halbe stunde Parts so wie lange machst du das denn auf 20 Minuten äh dann frag mal den Marshall ja der macht auch eine halbe stunde ich weiß ja dann mach ich auch eine stunde ja echt na die bitte deine Sachen wieder an ja eine stunde hm ja 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 nur für meine wahren Abonnenten und natürlich nicht Abonnenten äh hat jemand noch vier schwarze Wolle ja keine Ahnung ich guck was was äh Amazing hast du noch Glas äh Glas hm wusste es ich habe noch 8 was schwarze Wolle jep kann ich dir haben jep jep hier wo ist unser Glas wo ist unser Glas wo ist unser Glas ja ich hab's wo äh komm mal zu mir komm mal zu mir äh ich bin grad am bauen dann komm ich zu dir vor ok jep jep ist das in deiner Kiste jep dann darf ich mich rausnehmen jep die einseitig wo ist er wo ist er wo ist er überhaupt wo ist er ach wo bist er überhaupt so ach hier ist das Ding ich konnte mich auch die ganze Zeit wo er eigentlich hin ist wir wollten alle zusammen bauen ja gut wir gucken einfach wenn sein erstes Video rauskommt dann wissen wir wo er ist ich glaube ich bin ja ich bin ja Jokel denkt ja ich bin ja ich bin direkt bei mir kein Quote ach so ja eigentlich schon Marshall wenn es mal zu kalt und zu einsam in seinem selbstbauenden Haus wird kannst du mit zu mir kommst ach ne das wird schon passen hey du suchst doch das dauert vergeblich nach einem Partner ich hab doch schon einen den aber er hat mir schon übel viel Zeug gegeben ja Marshall sein Partner ich kann mich an keine Partnerschaft erinnern wir sind auch in einer Partnerschaft wer ihr und Marshall ich kann mich an nichts einern also ja das ist ja viel dieses dumme daran du warst jung und brauchst jetzt das Geld ja genau nein das war dann wenn dann der kleine Julia hey packen wir das mal weg ich suche die ganze Zeit ich suche die ganze Zeit nach einem Partner ich suche die ganze Zeit nach einem Partner müssen wir jetzt hier in diese Richtung bauen ey komm wir mal runter komm mal bitte äh 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 schmugele und wir können ja mal ausprobieren ob ich jetzt richtig liege mit den Pisten hat der da hinten soweit drückt wir nehmen uns hier so nen Stack ich werd das viel witziger nehmen uns hier mal vier Stück davon mit ja ja ich hab ne Sparakt ja und jetzt kommen wir hier unten so haben wir vier Hebel die kommen jetzt halt falscher Gang guck hier können wir dann am Termin dann anfangen oh toll ja äh die kommen jetzt hier hinten hin ne 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 jetzt können wir halt nur weg bauen nachher wird hier ja Lava und so lang gehen das ist aber sehr nett von Ihnen er hat mir Rosen geschickt 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 per E-Mail oder Nachricht ja äh ne per Zalander oder doch Whatsapp per Zalander was erstes ja der hat sie ans Zalander verkauft dann musste ich sie nachher wieder kaufen habe ich da jemand gerade von der FaceClap gehört ne so und so sieht man ja hier drückt sie jetzt hat sie es so viel zu drücken jetzt müssen wir mal gucken jo tschüss jo bis gleich 3 zu kurz okay, das heißt der Ding muss 3 weiter vor dann drückt es doch bloß 15 na Quark 15 kurz 15 das heißt hier hin ah warte ich bin noch passt hier wo ich vor war glaube ich dachte ich ich glaube ich baut jetzt den zweiten Stock ok so das passt das heißt ich muss hier runter die Farm bei euch draußen nein obendrauf ist doch viel cooler nein draußen ist viel besser wenn man oben drauf kommt ist doch auch cool nein das ist äh so und jetzt müsst ihr das eigentlich so hinschieben ich weiß nicht mal wer das ist ein komischer Kerl warte mal ist das zusammen in der Schule warte mal ja wir sind auch zusammen in der Schule ich weiß auch nicht warum ich mir das jemals angetan habe weiß ich also ich konnte es nicht ändern also das passt schon mal ja ich hätte es ändern können jetzt können wir es jetzt von hier lang schieben das sind eins zwei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf 13 genau beim 13 und dann auf 14 kommt der Piston eins zwei drei acht neun zehn elf zwölf fünf drei zehn dann kommt da der Piston äh hänchen tut mir leid das ist schon mir auch so und dann gehen wir hier wieder nach unten da ist noch ein Hühnchen da ist die Hühnchen in Ruhe Gruffi Greenpeace so ja euch mal mit die sich nicht nur umwahlen ach um alles ich glaube diese Verrückten die sich in den Bausten ah die machen alles die die bauen irgendwelche Plüschwale machen irgendwelche äh Fischfrachtser kaputt weil sie da irgendwie Steinerin schmeißen in den Netze die machen alles ähm wo sie dann ähm oh Gott wo warten das wo sie dann ähm Wale retten wollen ne und eiskalt ja wir retten professionell Waren dann beiß der nach Fischsemmel ah das will sie auch nicht in eine Fischsemmel oh Gott noch nicht göttlich oder oh das war mal Zufall hey ich hab ihn überleben überleben in der Wildnis ne ach es kalt hab ich ein Snickerspapier am Rande des Baums sehen Leo kein Schmerz also das war man konnte es sehen das muss man eingeben ähm überleben in der Wildnis Fails konnte 16 so und jetzt hier wieder runter ja das ist für die Crew die mit den Kameras hinterher rennen ja ja genau ach das wächst an den Bäumen wissen wir doch alle ja weißt du der Snickersbaum der überlebt tja der gibt's nur einmal auf der Welt und um zu durch ne kam ursprünglich aus China nachdem sie Snickerspapier ne wo wird Snickers hergestellt oder erfunden ich hab es gar nicht ich hab' nicht ich ja nicht auf jeden Fall da kam der Baumeer Asien 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 das war das ist echt an der letzten Mai ich ernte ja ich meinte das und ernten muss leider sagen ja aber es wird sogar noch vor der zehnten auch wenn sie sich gern ja ich meinte wenn wir sie da noch nicht ach genau wir gehen aus dem Haus er schulde geht aus dem Haus das macht ganz schnell ab so dann wollen wir uns hier mal wieder lang ah Gott sieht das heute scheiße aus bist du scheiße hast du einen Spiegel geguckt? eh sorry es war nicht so gemein ja also und zweitens wo soll ich jetzt einen Spiegel herbekommen? ja mein Gott wie ist ich doch nicht Schwuggler hat doch sowas immer an der Handtasche was genau ich hab einen Schoffel hab ich zumindest gehört ja mein Gott ist jetzt schon fertig danke jetzt schon kein Wort ja wei äh ich bin ein Star holt mich in ich bin ein normaler Mensch holt mich hier raus Jau 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 oh Gott jetzt werden wir von Feedsmeet vergesagt nein von Hartwig von Hartwig ja ist doch viel Götter zu Feedsmeet hab ich zumindest noch gehört hier ich habe kein ich bin ich bin nicht ich bin aber keine ich bin der ich bin ich bin ein Ähm, Rome, du weißt doch wie man einen Zaubertisch craftet. Ja. Mach doch. Äh. Doch. Und wie hast du dann deine... So, ich mach mal wieder zu. Ich war mal so ein bisschen ruhig, damit ihr das mal geschehen, was ihr da so quatschen, ein bisschen mitbekommt. Was denn? Kann ich einen Zaubertisch von deinem Obsidian und deinem Diamanten machen? Ich hab doch nicht so viel. Und dann noch ne Stein... Also Obsidian hätte ich noch, aber Diamanten hat ja plus drei Stück und das ist nicht so prickelnd. Wir haben sechs, das würde reichen. Ach Marshall, gib doch mal deine gesamten Diamanten für einen Diamantswert für mich. Ja, ja, ich baue ja gleich, sobald mein Haus steht. So, wo war ich? Hier nach unten? Das steht. Hier genau, hier war ich, wo ich dicht gebaut hab. Acht. Acht. Neune, Zehne, elfe, zwölf, dreizehn. Sehn, zwei, drei, sechs. Pisten. Äh. Okay, ich nimm den, äh, wen nehm ich noch als neun. Verges mal meine Sachen. Na ey, Diamanten ne? Sorry. Ja ich bekomm noch drei von den sechsten. So, erst mal kurz hier ne Fackel, damit ihr was erzählt. In Tapesazuli hab ich auch ganz geholt, gerne. Jetzt streitet euch doch nicht. Doch, mein Gott. Wir hatten keinen Ehevertrag, deswegen ist es jetzt nicht. Achso, na, denn... Der Mächtigere gewinnt. Ja, ich hab die Eisenrüstung. Ja, wo kommt denn los? Wer hat die Hosen an? Ich hab die Eisenrüstung. Ich hab die Eisenrüstung. Ich nehm mir einen Eimer, dann nehm ich mir Kohle. Kohle, sehr wichtig in der Beziehung. Hab ich mich? Oh, hilf. Oh, meinst. Ich nehm ich eh noch was. Die Kohle verwirrt mich. Oh, die Zaffir hab ich mich wohl. Ey, sind Smaragg, der davon hab ich mir schon eingekommen. Ey, ich hab jetzt, Leute, jetzt mal ernsthaft. Geht mal bitte nicht an die eine Tür, wo man später in den Schattenraum reinkommt, da sind jetzt Hühnchen drin. Oh, ja, okay. Ah, das passt ja auch wie die Faust aufs Auge. Die Hühnchen werden später verzaubert, ich weiß. Ey, was machen wir jetzt mit den Kackoweln und der Erfahrung? Ich nehm mir noch eine Kack. Ja, 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 komm, komm, komm. Nur ein paar, nur ein paar. Kommt ihr, Nuwies? Ja, nur drei. So, jetzt muss ich hier nur noch aufbauen. So, Informationen, Leute, so fand man richtig in der Perle. Und so, Leute, wird man beschissen. Wieso? Ey, wir hatten die Drohnen genommen. Ach, das war jetzt nur so. Ey, den kriegst du mich nie. Warte mal, kurze Frage. Krieg ich vielleicht noch was von nur Eisen? Nein. Hast'n Ehevertrag? Ja? Hast'n Ehevertrag? Hast'n Glück? Hast'n geil? Hast'n Bech? Ey, warte, warte, warte. Dann wird alles 50, 50 geteilt. Ey, Junge, warte, hallo. Nein, nicht unbedingt, wenn du es anders angibst, dann kannst du Probleme kriegen. Hey, 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 hier, dein. Wer hat denn den besseren Anwalt? Ich. Ich, ich hab den Price-Hight. Genau. Ja, das tut mir sowas noch nicht egal, ob du den Price-Hight hast. Ich hätte eine Jungfrau in Nöten. Jungfrau mit Klöten, wie bist du denn drauf? In Nöten, Junge. Achso, Entschuldigung, ich habe mal falsch verstanden. Staten Müll, ja. Ja, ich baue vier Stück davon. Ey, ich hab 45 Eisen vorhin gefahren. Also, einen Stein-Generator, davon baue ich vier Stück. Leute, ich mach' mir mehr. Ah, Creeper, Moment, nein! Oh, Entschuldigung, oh mir leid. Macht nix. Ne, ich mach' lieber die Tür zu. Ich mach' die Tür zu, mein Gott. Ich errette dich. Bitte, ich. Wenn ich mal einen netten Ehe-Stein... Ja, also Entschädigung. Ist nicht viel, aber ich hoffe es. Krass. Ach, ist doch nicht schlimm. Ah, ich komme nicht mehr nach oben, das ist schon schlimm. Ich glaube... Ich hab' kein Dreck mehr. So, jetzt geht's. Komm, wir gehen alle mal pennen. Warte, ich bin noch unterwegs. Jetzt muss ich jetzt wieder ewig nach Hause rennen, in mein unfettiges Schlafzimmer, weil ich noch Farbstoff brauche. Welche Farbe brauchst du denn jetzt schon wieder? Jetzt regnet schon wieder, schön. Jetzt regnet schon wieder, wenn es so regnet. Ja. Wenn man mit Crow rausgeht, das geht gar nicht. Bleibt doch einfach mal drinne. Schlagscharf. Ja, da weint die Erde. Gegen dieser unnützbeendenden... Festigkeit. Sorry, du warst zu langsam. Ah, oh Gott. Alles klar, knapp. Ich penne. Ich bin nicht. Ich muss noch was machen. Ah, ich geh auch in mein Bett. Jetzt hab' ich nur verstanden. Jetzt schlägt der alleine, ooooh. Ich bin, ich bin viel zu weit weg für sowas schlelle Scheiße. Dann kannst du ja kurz disconnecten. Ja, sag, wenn's wieder weitergeht. Kurzer Cut. Ist das ein Cut? Ja, Cut. Warum Cut? Cut! So, seitdem fertig. Also, irgendeiner fehlt noch. Ach, ich schlaf auch gerne in meinem allein in meinem Bett. Warum? Ja, jetzt disconnecte doch einfach mal kurz. Jo, wieder Dach. Mein Gott. So, da bin ich wieder. Jo, Leute, habt ihr ja kurz gesehen. So was kann ja mal passieren, ist ja nicht schlimm. Würde ich geben Vorwürfe machen. Nein, wieso? Da ist doch keiner... Außer mir selbst. Wenn's mir passieren würde. Aber anderer mach' ich keinen Vorwürf. Ich hab' Hunger und ich brauch' Farbstoff hier. Hallo? Ja. Ach, hier war's schon, ja. Attila, wo bist denn du jetzt eigentlich? Der Julian macht... Wald weg! Ah, ne, der war irgendwo bei mir, aber ich weiß nicht wo. Warte. Wir wurden ein Teil von häuslicher Gewalt. Ich hab' ihn noch gar nicht geschlagen. Hat er die ganze Nacht gedauert. Ich hab' das Subjekt aber nicht geschlagen, oder? So, und das passt. Also die Polizei ist immer richtig schnell, nur damit ihr so wisst. Nachdem ich schon längst ausgezogen bin. Die ganze Nacht und den ganzen Tag noch. Oh Gott. So, das passt. Ach, ich weiß, wo ich hingehe. Ich wette, der rennt jetzt genau darauf zu, wo ich... So, und das passt. Auch wenn das jetzt mit der Länge hier noch nicht passt, aber das klären wir ja dann. Bin ich mehr dein Schwurgele? Bin ich mehr dein Schwurgele? Bin ich mehr dein Schwurgele? Hast du, äh, Attila ist die ganze Zeit hier bei uns, der rennt doch hier irgendwo rum. Echt jetzt? Nein! Ah, er war irgendwo bei mir in der Nähe, aber wo bist du nicht? Ja, ich bin gerade in der L-Dingsteine. Ähm, wie ist das Redstone aus der Gang, glaub ich's denn? Gibt das denn? Äh, ja. Dann geh' ich gleich nochmal runter. Äh, so, dann komm' ich nochmal an unserem alten Haus vorbei. Dann ist's nochmal anzünden. Ab da gehört, Leute. Nein, mach' ich auch nicht. Ich mach' der doch nicht, der doch lieber. Ich bin noch viel zu netter. Oh, ich muss hier mir... ...huch bei der Angst oder irgendwas, was cooles noch bauen. Ah, nett, ich würd's in die Luft sprengen, wa? Äh, aber eingezündet, hab ich's nicht. Kannst'n eh aufbauen, also von daher. Doch eh zur Hälfte aus Stein. Oh, nur zur Hälfte. Ach man, ich brauch' Farbstoffe. Ich hab' ja richtig viel Zinschub. Ex-Farbstoffe. Also, ich hab' keine Farbstoffe. Farbst, dass wir ein ganzes Eichenholz kriegst du mein... Mit ohne Farbstoffe. Gut, ich hab' nichts, ja. Warte, wo war das denn? So. Hast du Eichenholz? Nee, ich hab' nur... ...Dichtholz. Farme... Farme, 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 Farme... Farme, Eichen. So, da kommt das Ding hin. Farme, Eichen. Ich hab' jetzt hier irgendwie... ...lüt. Wasser sollte an der Nähe sein, füllen wir die nehme ich erstmal auf, so eine scheiß Quelle, nur jene Scheiße, auch egal, auch egal, ja, der braucht auch keinen Menschen, ja, das ist schön, ja, was, was, was Gutes, Diamanten, Erze, kein Knochenmehl, das ist gut, so, dann ab wieder hin zu mir beide, eine Wasserquelle, eine gleich in der Nähe bauen, und dann, passtet, ja, drei Farbstoff dafür, ups, da ging es nach unten, fast dort, auch wenn ich es nachher wieder verlege, aber, hab ich es erstmal in der Nähe, ja, ich glaube, hier bin ich eventuell gerade schon drin gewesen mit meinem Wasser, ja, weil ich glaube, das ist der einzige Gang, wo noch kein Redstone liegt, und das ist auch egal, ob es auf die rechte Seite legt, oder auf die linke Seite, Hauptsache, das passt bis dahin. Ja, rote Wolle! Ja, rote Wolle! Ja, ja! Du brauchst was zu trinken. Na, jetzt sterbe ich so, und die rote Wolle wird weggebombt. Wolle, verpackt. Dann wärst du ziemlich schlecht. Die wächst nach. Du. Genau. Rote Wolle. Welle? Rote Welle, ja. Die rote Welle! Hast du noch nie eine rote Welle gesehen? Ähm. Mir gefällt nicht, wo du gerade drauf anspielst. Äh, Bro, spiel ich an. Das weißt du ganz, genau. Äh, wahrscheinlich eher nicht. Aber, äh, nein, der weiß wahrscheinlich nicht. Ach, der ist nicht schwul, das ist ein Vibe. Hat nur irgendwelche Steroide genommen, jetzt hat er tiefe Stimme. Achso, die, achso. Daraus spielst du an. Nee, du hast dir zuerst gesagt. Was? Du hast dir zuerst gesagt. Nein, aber ich glaube, ich hab irgendwas ganz anderes gemeint. Ob was du ja meint hast, weh sie nicht. Ich hab's bloß nach deiner Meinung interpretiert. Genau. Nee, nee, das war ja nicht meine Meinung, das war ja deine Meinung. Nee, 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 du hast damit angefangen, rote Welle. Kriegt jemand einen Anruf? Oh, komm. Lass mal mal Lautsprecher, ich will mitsprechen. Was war das denn? Was? Ich nicht. Wir hätten das nicht gehört. Der Julian wahrscheinlich, der doch sein Handy neben sich gehabt hat. Ja, ja, genau. Julian, du Noob. So, da bin ich wieder. Wir hatten hier gerade eigentlich komische Geräuschkulisse. Jetzt hat er SMS, er bekommen Pornos fertig. Ja, genau, genau. Ach, wenn ich so weitermache, haben wir keinen jugendfreien Content hier. Was ist denn hier los? Ja, das Niveau ist sowieso schon... Na, ich bin noch im Keller, kannst gucken, komm. Ja, gut, jetzt nicht mehr. Technik Niveau, wir sinken. Oh mein Gott. Endlich mal was Neues. Was Neues? Das war doch so betont, was Neues. Was Neues, was Neues. So, jetzt bräuch ich Lava, ich darf ja unten in eine Höhle rinchen. Was Neues? Was Neues? Was Neues? Was Neues, genau. Was Neues? Wer ist da hinten? Wo hinten? Kommt immer auf die Sichtweise drauf an, entweder das ist vorne oder das ist hinten. Ah, wir sind am Essen. Gott, okay, das bin ich. Es ist ein Video. Nein, ich kann dir drin. Ich esse, ich esse, ich esse, ich esse, lass, lass. Guten Appetit. Auch Wolf, auch Wolfs, äh. War irgendwo noch, ne? Das ist nicht mit Freizeit getrunken. Der nächste Nachricht. Was gibt's? Mach das aus. Was denn nur? Wir hören die ganze Zeit so ein Burro. Das musst du einer Betonung, musst du da üben. Ja, keine Ahnung. Das ist dü 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 dü. Ja, wenn du dein Handy in die Nähe deines Mikrofons machst, dann bekommen solche komischen Geräusche. Schwingel, der ist auch. Genau, Schwingungen. Ist hier bei Halt, Stopp, die Lava oder ist es nur eine Warnung, dass Andreas gleich kommt? Ach, Lava, okay. Dacht schon, Andreas. Halt, Stopp. Jetzt baue ich. Ah, nicht. Ja, das bin ich überhaupt nicht. Ich bist du das. Also mein Handy ist in einem anderen Raum, so viel kann ich sagen. Ich mach mal meinen Punkt vor meinem Namen. Natürlich, ich hatte gerade geplinkt. Geplinkt. Geplinkt? Nein, das war doch richtig. Ja, er hat gerade geplinkt. Ich hab's genau gesehen. Mein plinkenden Raum. 3, 4, 6. Bist du denn bitte vereint? Ja. Ich bin der, der eine Mauer bauen will. Ne, ne, das bin ich. Die Mauer muss man bauen. Und zwar vier Stück. Ich baue ne Mauer. Ich lass bauen. Nein, ich baue wirklich ne Mauer. Ach ja, Atila wollte ne Burg bauen. Ja, ich lass wirklich eine bauen. Ich baue heute ne Burg bauen. Ach, ich baue, genau, ich muss mein Haus vergrößern. Ich baue ne fette Burg, die sich selbst wieder aufbaut. Der Server wird soweit von down gehen. Oh Gott. Stimmt, so könnte man eine TNT-sichere Burg bauen. So. Bitsi. Bitsi. Dauert mir etwas länger. Ja, du hast du schon. Wenn du das TNT richtig praktiert hast, dann sprengst du die Pistens wieder weg. Ah, ne, komm mal bei mir gucken, wie weit die unten sind. Also soweit, es wäre eine Ballast mehrmals hintereinander, aber sonst ein wenig. Okay, wenn man mit einer vollautomatischen Kanone reinschließt, da bleibt von der Burg auch nichts stehen, aber sie baut sich halt wieder auf. Das stimmt. Alter, das wäre übegeil, wenn man das so anzieht. Ey, wo ist denn der MC? Äh, hier irgendwo im Wald, neben so nem komischen Berg. Aber der Tau steht noch nicht. Ich brauche noch ein bisschen Redstone, dann ist es fertig. So, die Lava kommt jetzt hier hin. Dann bildet sich hier direkt vor dem jetzt hier Cobblestone. Und der Team war nachher durch den Pisten einfach nach vorne. Kommt drauf an. Dadurch baut sich das Haus auf. Wenn man ein Schwugele im Haus hat, dann ist das natürlich nicht so gut. Ne, das ist... Oh, das willst du jetzt hier in Rosenkrieg anfangen, oder was? Ey, klar, Rosenkrieg. Ey, der Film ist geil. Was, kriegt der Rosen? Nein, Rosenkrieg. Achso, ja. Das ist das, wo die Ehepartner sich am Ende gegenseitig umbringen. Das ist voll cool, der Film. Meinst du Mr. und Mrs. Smith? Nein. Der Film ist auch geil. Ich bin gerade im Kreis. Ja, das ist halt so. Noch einmal runterlaufen, dann ist mein Haus soweit fertig, wie es geht. Mein Tag dann ist morgen. Ja, schön. Noch eine Nacht, Menster. Hier, noch einen Tag. Hä? MC, MC, ach, da bist du. Wo, wo? Zeig mal. Ja, hier einfach Stücke geradeaus, dann müsstest du schon füllen. Da kam ich ganz groß raus. Nicht genau. Aber musst du aufpassen, da sind ein paar Löcher am Boden. Ach, nun. Na, in den Ring, wenn du so willst. Da kommt es aber hoch, das ist nur mein Keller. Was zu fressen, Bracken. Da mach doch. Hey. Was muss? Hey. Hey, was kommst du denn da? Ey, was zu fressen. Fuck, kommt das jetzt her? Dein Mund? Na ja, ich könnte jetzt mit der Dings-Parodie anfangen und anfangen den, äh... Ne, ne, nachher kommt wieder, wir haben es geklaut und kriegen wieder Ärger. Ja. Was ist? Na, wenn du jetzt mit der Parodie anfängst, die es schon gibt auf YouTube, kriegen wir da wieder Ärger. Ja, das stimmt auch. Habt ihr schon mal Ärger wegen sowas bekommen? Nein. Ja. Nur wegen Musik. Ja, Musik, ja. Was? Was? Ich sei du? Ja. Was? Ja, der klaut mich doch, der hat alles von mir geklaut, der Typ. Ich hab ein Video gemacht bei Star Wars, bei Star Wars eine Parodie, aber nur um mein Mikrofon zu testen, wobei ich was wieder so umstellen konnte und irgendwie wurde das gesperrt. Ich weiß nicht genau, wieso. Geil, da müssten sie dort eigentlich geschrieben haben, oder nicht? Ja, normalerweise, meine Abmahnung, äh, also mein Dings, äh, wieso, so, mit soem Verstoß wegen Lego, das Herr der Ringe, weil die Herr der Ringe Musik vorkam, haben sie mir geschrieben. Hey, und mit was wird die das? Ja, mir haben sie damals geschrieben wegen meinen, meinen Popcorn-Song, den ich da drin hat, weil es der Original war. Ist das zum Ende? Nein, nicht ganz. Warte mal, und ist er dir per E-Mail mitgeteilt, oder wie? Ne, bei YouTube direkt, da haben sie dir eine Nachricht geschickt. Ja. Bei YouTube direkt und dann hier, möchtest du bitte mal nachgucken, dieses und dieses Video enthält Content von, und dann zählen sie dir das auf. Ja, bei mir nicht, bei mir wurde es einfach für alle Länder gesperrt. Äh, das ist, dann sind sie richtig hart vorgegangen. Ich hab nur eine Warnung bekommen, ich sollte mal nachgucken und dann... Das war so richtig sauer. Habt ihr gar keinen Redstone mehr hier unten? Ne, ich kann dir welches eben. Ähm, neun Stück. Äh, ja. Also, ich glaub, am Ende läuft es sowieso so raus, dass wir alle uns wieder... Der Crow hat ganz viel mitgebracht. Ja, du wolltest, du hast gesagt, du kannst alles Redstone mitnehmen, da hab ich's gemacht. Ja, da musst du zu dem gehen, ähm... Ah, ich baue mir jetzt einfach unten in der Höhle ein bisschen was ab, darf ich da, oder? Also, irgendwann drehe ich wahrscheinlich, äh, aus lauter Wut den Amazing um, aber okay. Nein. Also, das war eine sehr kurze Passage. Nur leider hat er es noch nicht gemacht, wa? Ich glaub, dass hier nicht so viele Fans... Doch, doch, ist ganz, ganz, ganz vorn, wenn man die Liste umdreht. Ich weiß, wo ich mein Holz herkriege. Hey, lass ein Zombie. Ne, das ist ein Schild. Ah! Ich glaub, ich muss noch mein Haut raus... Ja, oiz. Ja, ne, ey, okay, wir müssen jetzt aufhören. Ich kann nicht mehr richtig sprechen. Ah, dann fängt es doch gerade gut an. Ne, äh, ich wollt grad sagen, ich muss mal mein Haut fertig bauen. Na, dann bau mal deine Haut fertig. Was? Du bist so ein Lego-Mensch, jetzt weiß ich's. Ja, auf jeden Fall. Bist noch weiß. Ey, hat einer von euch MB2 eine, äh, Contestruck Global Offensive oder was? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich hab's aber nicht installiert. Äh, wir sollten so 30 Jahre gegen jemanden zu spüren. Äh, nein, das will aber keiner. Ja, mein Amazing nehme ich ja sowieso bald mal was auf. Ich glaub, Jums von Jums, die kann man... Davon weiß ich doch gar nix. Ach, egal. Davon weiß doch ja nix. Ich bin über der Tür tief. Ja, mich... Überraschung! ... dass wir irgendwas zusammen machen, ich weiß es auch nicht, wieso. Hier, ja. Der hat mich mal an einem Tag informiert, dass er an diesem Tag zu mir kommt, das wusste ich überhaupt nicht. Aber, okay, meine Mutter war zwar gut überrascht, aber okay. Ja, meine Mutter mag mich ja nicht, also macht's keinen Unterschied. Ja, weil du machst den Hund kaputt. Weil du machst den Hund kaputt. Ja, der ist immer so einer, der spielt, der kappelt dann so lange mit dem Hund, bis der total verrückt ist und wir das dann wieder ausbübeln müssen. Dein Hund ist auch total verrückt. Ja, aber du machst das noch schlimm. Ja, das ist verrückt. Das ist ein Plüscht, du, ey, du machst mein Hund kaputt. Ja, das wäre doch auch mal interessant. Ja. Also, ich bin der für Porzellan. Auf jeden Fall. Porzellan? Ja, der hat mich so... Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du mir schmeißt, du runter, ist es kaputt. Oh Gott. Holz und so bleibt ja alles Ganze, ist ja blöd. Aber Holz brennt gut, mohahaha. Du hast mein Hund angezündet, du kängst es noch. Hot Dog. Da kam die Bezeichnung her. Das Niveau sinkt. Ja, eigentlich kletter ich gerade wieder hoch, also. Ach so, du kängst dich wieder hoch. Ja, ihr habt ja so eine schöne Treppe. Mit hoffenweise Gänge in nichts. Einfach mal so an den Seiten Gänge, die nirgendswohin führen. Ach, nirgendwo. Ja, da ist einfach stopp. Nirgendwo hin nirgendwo. Oh, es ist wieder Nacht, wa? Hm. Wow. Ja, das war unerwartet. Na, ich kam gerade von unten. Das klingt auch demnich. Ich kam gerade von unten. Ich kam gerade von unten. Ah ja. Warte, um. Nee, Creeper ist gerade nicht in der Nähe. Boom. What the fuck? Boom. Boom. Wo räumt jemand Sand? Äh, nein. Und dann schenk ich's irgendjemand. Doch, nein! Man kann man immer gebrauchen. Hm, Marshall. Oh. Ich war schon zu Hause. Ich war schon zu Hause. Diese scheiß Spinner, die hat mir einfach mal weggeballert. Ich mach zum Schluss einen Zusammenschnitt. Wie oft jeder gestorben ist, oder was? Also. Dubstep. Dubstep, genau. Ja, und dann tut's. Äh. Und dann irgendwie mit so ethischer Musik. Doch, jetzt ist mein zweiter Lava immer futsch. Guten Tag, Hexe. Ich kann dich nicht leiden, darum haust du jetzt bitte ab. Warum? Tsch. Plötzlich die Hexe. Das steht plötzlich im Chat. Hexe. Hexe zu Freiside. Ich dich aber. What? Nee, Hexe. Nee, Hexe died because of Mobbing. Genau. Oh. Das ist ja immer krass. Nichts. Das ist ja immer krass. Hier gibt's... Die Hexe was mobbed to death by... Oh mein Gott. Genau. Aber ihr sagt, mein Niveau ist im Keller, ja? Ja. Weil dein Niveau im Keller ist, heißt das ja nicht, dass unsere sehr viel höher ist. ich habe noch ein höhlenrekord mit meinem niveau für stelle bei tiefbau ich habe wieder redstone das hat er dir auf redstone hingeworfen oder was? keine ahnung kein enemy ich brauche kein sein ist ein büller ich habe zwei große brüder ich kann das viel länger heizt sprechen wir nur ein gebet mann ich brauche eins, zwei, drei ne wieviel eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs sieben, ich brauche noch sieben redstone hat jemand sieben redstone? ja, gibt sie dir nicht ja, schade jeden müll habe ich, ich habe hier jeden müll zombie, fleisch, setzlinge, dreck aber keine sieben redstone und knochen hier kommt immer mehr müll dazu wenn es dir pro redstone einen diamanten gibt, dann sind wir in die bist du bekloppt? nö behalte deinen müll ich bin immer so ich bin immer so ach so, da mit dem aus ganzem holz oder wie? ja da, 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 da ah ok das wird äh, wetten so enden, dass das irgendjemand irgendwann mal anzündet ah, da wo die bitch ausgezogen ist, jetzt wäre sie es oh, creeper, 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 creeper im wasser ne, ne, der ist nicht außen im haus, der ist im haus äh, quatsch, im haus, der ist außen im haus, außerhalb des hauses hat das überhaupt ne tür oder muss ich mir ne bauen? alter, ich habe einen verlassenen mitschaft hier ist einfach mal keine gottverdammte tür in dem haus doch vorne ah, creeper ey, du musst aufpassen, der verführt dich ganz schnell, der gern bin ich an der tür vorbei gelaufen? ja, ich bin an der Tür vorbei gelaufen, weil da nur ein anderer Tau stand ja, ja, das, äh, niveau ist so tief, dass, äh, übertrifft oh, Kisten, Kisten, Kisten ohne Kisten, äh, mit, nur Kisten nix drin, toll, ich soll mir auch mal was rausnehmen nein, ganz vorne, ich muss die Kiste einfach gerade rauslaufen wo ist denn hier ne Wüste? es kann doch nicht sein da müssten neun Redstone drin sein, dann kannst du die alle nehmen ok, danke bei Gelegenheit kannst du dann gleich den Zaubertisch mit nutzen oh ja, das ist nett, da komm ich auch nicht du nicht und ja eh, die Schmelzanlage und die XP-Farm, die da noch kommt ach, die XP-Farm, da helf ich dir ah, wo ist denn hier der Scheiß-Creeper? zwei Stück, bleibt da, hoher seid könnte er explodieren, wenn mein Haus fertig ist, aber nicht jetzt die Scheiß-Creeper ich hab nicht mehr ein Schwert ich glaub ich hab's abjagen da ist einfach um ein Wund, um ein Wund, um ein Wund Federn, also was krieg ich hier noch alles runtergeschmissen ja, ich war mal nett mal nett, oh, jetzt muss ich aufpassen ah ja, ja was macht er, wenn er unnett ist, dann du bist eine kleine Schwester, du bist eine kleine Schwester, ne ich? so, du bekommst einen aber nicht vor den YouTube-Leuten rüber reden, ja ach ne, wieso denn, wir sind doch alle vertrauenswürdig keine, äh ich meine vor den Zuschauern, ihr Idis ach so, ich sag derjenige, der sein oh, Idis sind wir schon, das ist derjenige, der sein Partner macht nicht mal zehn Folgen abgesetzt hat, das ist so schlimm was ist? derjenige, der sein Partner nach nicht mal zehn Minuten abgesetzt hat ich hab mich halt genervt, das soll ich da machen das ging einfach voll schnell soaa ich hab auseinander gelebt, ganz einfach ja, das wird sein ja hattest du das noch nie naja, nicht so schnell, sagen wir's mal so wir gehen immer alles ein bisschen langsamer an ja, ja genau in der Ruhe liegt die Kraft an der wie ging das? in der Ruhe liegt die Kraft und dann waren wir plötzlich im Ehepaar, ich weiß nicht, äh das ist ja... scheiße, reicht immer noch nicht scheiße Plätze ja wie ein Hangover irgendwie Hitze Hangover warte, warum? du mal zwei über der Hauptseite in das Vegas, oder was? ja, ich bin... so zu sagen... ach, ich geh einfach nochmal in die Mine what the fuck? äh, ich weiß auch nicht wie das gekommen ist dann hatten wir plötzlich ein Doppelbett und äh... ja... die Scheidung nach aha da kannst du ruhig weiterrehen äh, nö ich bin peinlich gerührt okay ups, war ein bisschen viel fackeln so, meine Bude deine Bude meine, meine Junggesellenbude äh... ich hab bald ihn, aber leider fehlen noch ein bisschen Redstone die hab ich jetzt ernsthaft so genannt, ne? da steht jetzt jetzt von auf dem Schild drauf, oder? ja, genau, neben der Tür genauso wie der Gang von... ne, warte... dem Ex-Empaar heißt, äh... kein Zutritt wunderschöner Name ich weiß nicht warum der zu Paranoid ist ja, einfallsreich, auf jeden Fall so Leute, ich trink da mal kurz ein Schlückchen mein Kehle ist ein bisschen trocken normalerweise rede ich auch nicht so lange ohne Pause ja, genau er zockt zu viel er zockt zu viel Minecraft what the fuck? ach, apropos Pause, kleinen Moment